Wie gelangt man vom Private Key zur eigentlichen Bitcoin-Adresse? Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin der Julian. Bei mir im Kanal geht es darum, die Leute kryptofit zu machen. Und das heißt natürlich auch, Kryptografie zu verstehen neben ganz vielen anderen Themen. Wir starten hier eine dreiteilige Serie mit einer Bonus-Episode, wo wir einerseits darüber sprechen, wie man heute von der Bitcoin-Private Key zur Bitcoin-Adresse kommt, wie man Transaktionen macht, wie meine funktioniert und wir werden dann als Bonus auch darüber sprechen, wie hierarchisch-deterministische Wallets funktionieren. Falls du dir die gesamte Kryptografie-Serie angeschaut hast bisher, dann bist du jetzt bei Episode 12 und die ersten 11 Episoden waren wirklich eine generelle Übersicht, ein Einstieg in Kryptografie. Und jetzt, diese nächsten Episoden handeln ganz dezidiert über spezielle Kryptowährungen. Und wir fangen natürlich mit der Mutter aller Kryptowährungen an, nämlich Bitcoin. Und eines aber vorab, ich werde auf ganz viele Sachen drauf aufbauen. Das heißt, wenn dich das alles verwirrt, drunten findest du den Link, wo du die anderen Episoden findest. Gerade elliptische Kurven-Kryptografie, Hash-Funktionen, ganz viele Dinge, auf die baue ich drauf auf. Ich gehe da nicht drauf jetzt ein, denn das haben wir alles genau durchbesprochen. Und da solltest du auf jeden Fall zurückschauen. Aber es sind diese drei bzw. vier Episoden in sich selber auch schlüssig. Das heißt, du kannst dir natürlich auch einfach nur die anschauen und sagen, okay, mir ist egal, ob ich vielleicht die Details nicht wirklich dazu verstehe. Das passt auch alles. Etwas, was anders ist, als wie in den anderen Episoden. Wir werden kein Schreibbett heute haben, sondern wir werden direkt in den Computer reingehen. Und der Grund dafür ist, weil ich auch ein paar Sachen in Python zeigen möchte, einfach nur ganz kurz darzustellen, wie ein paar Dinge funktionieren, damit du dir das vielleicht auch ein bisschen vorstellen kannst. Ich sage dir gleich, keine Sorge, du musst nicht Programmieren verstehen. Das ist da gar nicht so wichtig. Das ist sehr, sehr basic. Es geht hier eher wirklich darum, dass du vielleicht die Kryptografie noch ein bisschen angewendet hier siehst. Gehen wir also rüber, schauen wir uns den Bildschirm hier an. Und überlegen uns ein paar Dinge hier durch. Link zu der ganzen Kryptografie-Serie findest du hier. Heute Teil 1. Wir sprechen darüber, wie man von einem Private Key zu Bitcoin-Adresse bekommt. Kommt ganz einfach mal vielleicht als Grundkonzept. Das ist dir sicher klar, aber ich will es trotzdem nochmal erwähnen. In einer Wallet werden nicht Coins gespeichert, sondern diese Private Keys. Und da gibt es eben zwei unterschiedliche Arten. Du kannst es einmal nicht deterministisch machen. Das besprechen wir heute. Und dann deterministisch. Das besprechen wir als Bonus-Episode in der nächsten Episode. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal ganz simpel an. Es gibt sieben Schritte dazu. Und der allererste Schritt ist, dass man sich diesen Private Key generiert. Das ist ein 256-Bit-Key. Das heißt 32 Byte. Den kreiert man mit einem Zufallszahlen-Generator. Das Ganze kann man dann darstellen als 64 Hexadezimalzahl oder als knapp 80 Stellen Dezimalzahl. Das sind 78 Stellen. Das zeige ich dir danach auch gleich. Ganz wichtig, wenn du das, so wie ich jetzt, in einem Computerprogramm machst, dann musst du schauen, dass du ja eine kryptografische Funktion verwendest und nicht einfach nur die Random Function, die in den meisten Programmen drinnen ist. Denn die ist für, also wenn du das jetzt rein zum Üben willst, passt das. Aber natürlich bitte nicht hergehen und jetzt wirklich einen Private Key kreieren, wenn du nicht, so wie bei mir jetzt zum Beispiel, von der Bitcoin-Library den Zufallszahlen-Generator nimmst. Und zwar, da ist einfach nicht genug Entropie drinnen bei den normalen. Die verwenden meistens zum Beispiel die Zeit und die kann man dann relativ leicht proof-forcen. Wie sieht das Ganze aus? Ich zeige dir das gleich. Es ist eigentlich relativ geradeaus. Wir importieren aus der Bitcoin-Library hier diese Funktion, die Random Key-Funktion und kriegen dadurch einen Private Key. Den stellen wir uns da. So sieht der zum Beispiel hier jetzt in diesem Beispiel aus. Das ist jetzt Hexadezimal. Dann wechseln wir den in eine Dezimalzahl und lassen uns hier einfach nur kurz mal die Länge darstellen. Das sind 78 Stellen. Schauen wir uns das einfach jetzt mal an. Gehen rüber. Hier ist das Ganze. Jetzt kriegen wir natürlich hoffentlich einen anderen Private Key. Das kann ich dir einfach mal zeigen. Wir führen den mal aus. Also hier ist ein Private Key. Kann ich nochmal ausführen. Das muss immer ein anderer werden. Sonst haben wir hier wirklich ein Problem. Das ist natürlich ganz wichtig. So sieht der in Dezimalzahl aus. Wenn ich jetzt den hier ändere, dann muss der natürlich sich hier auch ändern. Wenn ich die jetzt weiter ausführe, muss die immer gleich bleiben. Das ist ganz klar. Und die Länge von dem ganzen Ding sind 78 Stellen. So, jetzt eine kleine Bonusinformation, die glaube ich die wenigsten Leute wissen. Und das ist, dass nicht unbedingt alle 2 hoch 256 Möglichkeiten gültig sind. Der Grund ist, weil der Modulo die größte 2 hoch 256 stellige Primzahl ist. Und so sieht diese Zahl hier aus. Ausgerechnet kann man die in 2 hoch 256 minus 2 hoch 232. Also das ist dann diese Zahl. Ich habe das hier mal in Python hier ausgerechnet. Hier siehst du das. So sieht diese Zahl hier aus. Und jetzt aber das Wichtige. Die ist leicht kleiner als eben 2 hoch 256. Und zwar um so viel kleiner. Und das ist eine zwar relativ große Zahl, aber natürlich in der großen Summe ist das absolut gar nichts. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Zahl durch den Zufallszahlengenerator bekommst, die ein bisschen größer ist als diese Zahl, also als der Modulo, aber immer noch kleiner als 2 hoch 256, ist eigentlich nicht existent. Aber du musst es trotzdem checken. Und deswegen habe ich hier diese Funktion, wo ich eben einmal schaue, ist dieser Private Key kleiner als 2 hoch 256 und 50? Und das hoffentlich ist so. True. Stimmt. Perfekt. Und das ist immer wichtig. Und das wird hier einfach durchgeschaut. Prinzipiell haben wir öfter schon besprochen, du kannst es natürlich auf unterschiedliche Sachen machen. Klar, du kannst dein Private Key einmal über ein Computerprogramm machen, so wie ich jetzt. Das ist natürlich eigentlich die sicherste Variante, wenn der Computer wirklich offline ist. Das ist wichtig. Und wenn du natürlich weißt, dass die Library, die du verwendest, die Funktion, dass die auch wirklich getestet ist. Wenn du jetzt natürlich die offizielle Bitcoin-Library verwendest, so wie ich, kann man davon ausgehen, dass das eigentlich passen sollte. Du kannst natürlich auch hergehen und sagen, passt, ich mache das mit einer Münze, mit Papier und Bleistift und flipp diese Coin. Und wenn Zahl ist, dann schreibe ich 0 hin. Wenn Kopf ist, schreibe ich ein 1 hin. Und so kriege ich einen binären Code. Und den wechsle ich mir dann auch um. Würde ganz genauso gehen. Natürlich, 99,999% aller Menschen machen das aber über eine Wallet. Und das ist nichts anderes, was eine Wallet macht. Eine Wallet hat hoffentlich einen sehr guten Zufallszahlengenerator drinnen und speichert dir dann gleichzeitig diesen Private Key. Weil das ist ja schlussendlich der Knackpunkt in der ganzen Kryptografie. Wie, wo speichere ich mir diesen Private Key? Und Wallets machen das halt. Jetzt aber das Wichtige, nachdem wir hier von nicht-deterministischen Wallets sprechen, müssen wir jedes Mal, wenn wir uns einen neuen Private Key generieren, müssen wir uns wieder neue speichern. Das heißt, wenn ich jetzt hierher gehe und sage, ich klicke jetzt wieder diese Funktion, zack, neue Private Key, muss ich mir das natürlich alles wieder anzeigen lassen. Passt. Und das bleibt dir gleich. So, und das ist wichtig. Und wenn du dann in der nächsten Episode siehst, in den deterministischen Wallets, brauchst du dir das nicht immer anzeigen lassen. Nicht immer alles abspeichern, sondern brauchst du nur den allerersten Seed abspeichern, weil die alle voneinander abhängen. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil. So, was sind jetzt die nächsten sechs Schritte? Jetzt holen wir uns mal den sogenannten Uncompressed, also den nicht komprimierten Public Key davon, raus. Wichtig, es funktioniert über die elliptische Kurve. Das wissen wir. Wir haben diese Funktion bei Bitcoin, Y²X hoch 3 plus 7. Und die ist standardisiert. Wir haben hier einen Generator Point. Über diesen Generator Point wird dann die ganze elliptische Kurve kreiert. Hier ist die komprimierte Form dazu. Komprimiert bedeutet, hier haben wir nur die X-Koordinaten. Die Y-Koordinate bekommt man ganz einfach, indem man die X-Koordinate hier einsetzt. Kommt noch was dazu, nämlich die 04. Hier werden wir uns noch genauer anschauen, was das bedeutet, beziehungsweise woher die 04 kommt. Aber das ist jetzt noch nicht so wichtig. So, also, wie kommt man jetzt vom Private Key zum unkomprimierten Public Key? Ganz einfach, man hat den Generator Point. Darüber wird hier die ganze Kurve kreiert, indem man den Generator Point immer wieder an sich selber addiert. Und das macht man so oft, wie man den Private Key halt hat. So viele Male. Und so wird die ganze Kurve auf unvorhergesehene Art und Weise kreiert. Wenn dich das jetzt verwirrt, wenn es neu ist, dann fehlen dir die alten Episoden. Die solltest du dir auf jeden Fall anschauen. Und jetzt kriegen wir einen Public Key. Nachdem der ja die X- und Y-Koordinate hat, ist der doppelt so groß wie der Private Key. 64 Bytes. Und jetzt entsteht etwas wichtig. Wir geben hier die 0,4 dazu, weil das Ganze hier der Public Key ist. Das wird hier dargestellt. Ich habe das hier einfach nochmal gemacht. Ich zeige dir das hier kurz in der Formel. Heißt, hier ist der Generator Point als Zahl angezeigt. Habe ich dir einfach mal als Zahl angezeigt. Natürlich hier die X-Koordinate nur. Und hier zeige ich dir das Ganze an. Hier ist er nicht komprimiert als Hexadezimal. Hier ist er als Dezimal. Und du hast hier die 0,4 vorne dran. Gibt es eine ganz simple Funktion. Die heißt einfach, die ist aus der Bitcoin Library, private to pop. Und aus dem Private Key wird das einfach kreiert. Eigentlich eine super einfache Funktion in dem Ganzen. Gut, jetzt haben wir den Unkomprimierten. Das heißt, wir haben hier X- und Y-Koordinate zusammen. Und das brauchen wir aber nicht. Wir brauchen ja nicht beides zusammen. Und was wir jetzt da machen ist, wir können den ganzen komprimieren, indem wir das Y weggeben. Und damit wir wissen, über welche Y wir sprechen, also ob wir über die eine oder die andere Seite sprechen, weil das ist ja immer gespiegelt, können wir das über 0,2 und 0,3 darstellen. Und das machen wir einfach, wenn die Y-Koordinate am Ende gerade ist, geben wir 0,2 davor. Wenn sie ungerade ist, geben wir eine 0,3 dazu. Und der Vorteil ist, dass das fast die Hälfte nur der Größe ist. Und früher haben zwar die meisten Wallets die unkomprimierten Schlüssel gespeichert, jetzt mittlerweile machen sie nur mehr die komprimierten, weil du kommst ja vom komprimierten sowieso zum unkomprimierten zurück. Schauen wir uns mal ganz kurz hier die Formel dazu an. Im Prinzip, wir nehmen hier die Stellen von der zweiten Stelle bis zur 66. Stelle. Der Grund ist, also wir nehmen hier eigentlich die dritte Stelle, weil die ersten zwei Stellen sind ja die 0,4. Das heißt, wir brauchen dann von dieser Stelle rüber bis zur 65. Stelle. 66. ist minus 2, dann sind wir bei der 64. Stelle. Das heißt, wir haben 64 Stellen hier. Und schauen uns dann die letzten zwei von der y-Koordinate an. Wenn die einmal gerade ist, geben wir die 0,2 dazu. Wenn die ungerade ist, geben wir die 0,3 dazu. Und so kriegen wir dann den komprimierten Schlüssel. Das heißt, da sehen wir das Ganze. Und so sieht das Ganze aus. Das heißt, hier haben wir die 0,3 dazugegeben. Das heißt, in diesem Fall ist es ungerade. Und genau, dann haben wir das und das sehen wir auch hier. Das ist eine ungerade Zahl. Und dadurch sieht es dann so aus. Jetzt haben wir den komprimierten Schlüssel, Public Key, und jetzt müssen wir den Encrypten. Encrypten funktioniert über zwei Hashing-Algorithmen. Einmal SHA-256, einmal RIPE-MD-160. Etwas, was wir in den letzten Episoden gesprochen haben. Wichtig, das muss natürlich in der richtigen Reihenfolge sein. Zuerst SHA-256, danach RIPE-MD-160. Für die von euch, die besonders aufpassen, wissen jetzt natürlich, dass wir den Keyspace natürlich komplett verringern. Wir gehen von 2 hoch 256 runter auf 2 hoch 160. Theoretisch könnte es hier natürlich jetzt zu Kollisionen kommen. In der Praxis passiert das aber eigentlich nicht. Und weil einfach trotzdem immer noch der ganze Keyspace so groß ist. Hier sind die Funktionen dazu. Hier haben wir einmal die SHA-256. Schauen wir uns das an. Passt. Und hier haben wir die RIPE-MD-160. So, und jetzt merkt ihr aber da schon, dass hier zwei Nullen davor kommen. Springe ich gleich mal kurz vor. Das ist einfach der Network-Type. Wenn wir am Mainnet arbeiten, dann adden wir zwei Nullen davor. Im Testnet wäre das die Nummer 6 und die Zahl, also 6F. Und so, schauen wir uns das an. Das heißt, hier kriegen wir das Ganze. Wichtig, das ist natürlich jetzt deutlich kleiner als wie dieser Keyspace. Weil das ist 256. Hier sind wir bei 160. Gut. Jetzt sind wir bei der Checksum. Die Checksum funktioniert wie bei Kreditkarten. Das ist etwas, das bei Bitcoin Gott sei Dank integriert wurde. Bei Ethereum interessanterweise oder komischerweise nicht. Das ist, wenn du jetzt einen Zahlendreher irgendwie drin hättest, dann würde das Ganze das merken und würde sagen, das funktioniert nicht. Und der Grund, warum das funktioniert, ist, über einen ganz simplen Algorithmus, in dem man einfach zweimal SHA-256 drinnen hat und danach die ersten vier Bytes nach hinten stellt. Und so sieht das Ganze dann aus. Man sieht das hier. Also hier werden sozusagen die ersten genommen, die ersten acht. Und man zieht sich das dann an. Dann sieht man hier, aha, die werden dann einfach da nach hinten gestellt, damit die dann einfach nochmal für den Checksum sind. Und jetzt zum Schluss kommt das sogenannte Base58. Und das ist nichts anderes als ein Encoding-Scheme, wo man diese großen Zahlen runterbrechen kann und mit dieser berühmten Eins am Anfang hat und dann eben die 34 Buchstaben hat. Und das schauen wir uns jetzt hier an und kriegen dann hier jetzt unsere Bitcoin-Adresse. Da gibt es eine Funktion, dass man einfach vom Public Key zur Bitcoin-Adresse bekommt. Die ist in der Bitcoin-Library drinnen. Das heißt, in diesem Fall wäre das jetzt meine Bitcoin-Adresse und hier heroben wäre mein Private Key. So einfach geht das. Über diese sieben Schritte kann jeder, und das ist natürlich auch ein bisschen verwirrend für die Leute, natürlich offline machen. Muss man nicht online machen. Schauen wir uns dann an, wie das in der Verschlüsselung auch dann funktioniert. Das ist für die Leute immer ein bisschen verwirrend. Aber wie gesagt, alle Adressen, alle Private Keys existieren ja bereits. Das ist reine Kryptografie und reine Rückschlüsse, ob etwas geht oder ob etwas eben nicht geht. Und das ist für jeden nachvollziehbar, rein über die Kryptografie. Ein paar kurze Merkmale. Du kannst nie natürlich Coins verlieren, du kannst nur deine Private Keys verlieren. Das heißt, du musst die auch aufbehalten. Das ist natürlich bei diesen nicht-deterministischen Wallets, wo die Keys nicht zusammenhängen, sehr umständlich. Wenn wir uns danach das anschauen, wie das bei den deterministischen Wallets ausschaut, haben wir einen riesen Vorteil. Da haben wir einen Seed, und der kreiert uns einen Private Key nach dem anderen. Und so brauchen wir jetzt nur den Seed aufbehalten und haben dann alle Private Keys. Und da gibt es einfach ein paar zusätzliche Funktionen, die wir uns dann anschauen. Genau, so sieht es da im Prinzip aus. Eigentlich relativ simpel. Ich habe unten noch eine kleine, nette Funktion dazu gemacht. Und zwar, ich könnte ja theoretisch meinen Private Key auch irgendwie kreieren, indem ich zum Beispiel einen String eingebe, also eine Zeichenfolge eingebe. Zum Beispiel kann ich jetzt hergehen und sagen, irgendwelche Wörter eingeben, die dann zu meinem Private Key gehashed werden. Und ich könnte aber auch leerlassen, wenn ich einen Zufall haben will. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hergehen und sagen, passt, ich gebe hier Julian ein. Und dann hasht er mir das und kreiert mir dann einen Private Key. Und der bleibt natürlich immer der gleiche. Und dann hätte ich hier meine Adresse. Das ist natürlich ziemlich geil. Das heißt, ich habe hier meinen Private Key, der kommt von Julian. Das ist ein Schatz von 56 Hash. Und hier ist dann die Adresse da dazu. Und ich kann das natürlich auch nochmal ausprobieren. Jetzt sollte, merkt man jetzt hier mal die letzten Stellen, BU6D. Das heißt, wenn ich hier nochmal Julian eingiebe, muss das gleiche rauskommen. Genau, BU6D. Super. Wenn ich jetzt zum Beispiel was anderes eingebe, gebe ich zum Beispiel mal eine Frau ein, eine Diener, dann kommt natürlich was anderes daher. Und wenn ich hergehe, fast, leerlasse, dann habe ich das so eingestellt, das ist hier mit dieser If-Funktion, dass dann eben eine Zufallszahl komplett kreiert wird. Das heißt, lassen wir das mal leer. Dann kommt das Ganze wieder komplett zuverlegt daher. Das heißt, hier Private Key, hier die Adresse. Auch spannend, dass hier mal drei Y sind. Aber wie gesagt, das ist absolut reiner Zufall. Cool. Ich hoffe, das zeigt dir so ein bisschen, diese sieben Schritte, wie du vom Private Key zur Bitcoin-Adresse kommst. Auf jeden Fall ziemlich spannend. Glaube ich, ein sehr schöner Überblick über die gesamte Kryptografie, die wir so ein bisschen gelernt haben. Zufallszahlen sind besprochen worden. Wir sprechen über zyklische Gruppen, wir sprechen über lyptische Kurven, wir sprechen über Hash-Funktionen. Wir haben wirklich so ziemlich alles abgedenkt in dieser einen Episode sieben Schritte. Wenn dich das verwirrt, wenn dir das nicht klar ist, wie gesagt, dann fehlen dir diese ersten elf Episoden. Das solltest du dir anschauen. Und ansonsten sagen wir Bescheid, wenn dir das taugt, wenn dir das gefällt, wenn dir das vielleicht auch, wenn es für dich auch ein bisschen beeindruckend ist. Gib mir einen Daumen hoch, lass mich das in den Kommentaren wissen, klick das Abo, klick das Glöckchen, damit du auch benachrichtigt wirst. Und ich freue mich schon auf die nächste Bonus-Episode, wo wir über hierarchisch-deterministische Wallet sprechen. Mit dem viel Spaß, liebe Grüße, dein Julian. Und wie geht es? Bis zum nächsten Mal.